Die FANU W4 WLAN Wetterstation ist ein gutes und günstiges Gerät für alle, die die Wetterdaten immer im Blick haben möchten. Das Einrichten über die Smartphone-App geht schnell und funktioniert einwandfrei. Angezeigt wird der aktuelle Tag mit Zimmertemperatur und Außentemperatur durch den mitgelieferten Außenfühler. Der Außensender ist enorm stark und kann auch noch in 100 Meter Entfernung empfangen werden. Zudem wird die gefühlte Außentemperatur angezeigt, die Windrichtung und die Windstärke. Zudem eine Wettervorschau über vier Tage. Für alle Wetterbegeisterten, die nicht immer das Handy nutzen möchten, um die Wetterdaten zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017